Servus Freunde, heute möchte ich euch hier die Pistolenarmbrust Alligator vorstellen. Ist ein geiles Teil und wenn es euch interessiert, dranbleiben. So Freunde, hier das gute Stück Pistolenarmbrust Alligator, ein Klassiker unter die Pistolenarmbrüste, sehr bekannt und ja, will ich euch heute vorstellen. Also, wir haben hier die Pistolenarmbrust Alligator, hat 80 Pfund Zuggewicht, also um die 36 Kilo umgerechnet. Das gute Stück wiegt 898 Gramm, ist zum Teil aus Kunststoff, Fiberglasverstärker, Bogen hier, die Sehne, hier kann man sich einstellen zum Zielen, also man kann es nach links und rechts bewegen, kann sich Kimme und Korn, sag ich jetzt mal, einstellen. Es ist eine Sicherung dran, die muss man vorm Schießen entsichern, auch wenn man Pfeil einlegt. Ja, hier haben wir einen Griff, um ihn mit der Hand zu stützen, im Endeffekt und ja, das war es schon von der technischen Seite her, ich kann nochmal gucken. Ja, was noch wichtig wäre zu sagen, ist auf 20 Meter zielgenau und der Pfeil liegt 56 Meter pro Sekunde. Das ist vielleicht für die Leute, die es noch genauer wissen wollen und ja, jetzt zeige ich euch mal, das sind die Pfeile dazu, aus Alu, die dann im Endeffekt spannt man die Armbrust, dazu gibt es hier hinten einen Knopf, den drücken wir runter und dann löst sich hier der Griff und dann mit Schmackes spannen, einrasten. Dann legt man den Pfeil ein, schiebt ihn nach hinten, so sieht es danach aus, ist jetzt immer noch gesichert, das Ding ist noch entsichert, ich kann jetzt nicht abdrücken, es ist noch die Sicherung drinnen. Um das Teil zu entsichern, schiebe ich hier diesen Bolzen nach vorne, der klickt dann und jetzt ist das Ding scharf. Und dann zielt man je nachdem, manche zielen so, manche schießen so, also wie gesagt mit der Hand wird gestützt, ich schieße meistens so und abdrücken. Und das war's, also das kleine Ding hier hat aber ganz schön Wumms, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt machen wir es nochmal, hinten wieder drücken, spannen, Pfeil einlegen, nach hinten schieben, entsichern, zielen und schließen. So. 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 Untertitelung. BR 2018 So Freunde, das war's. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen von der Pistolenarmbrust. Das Ganze hier bekommt ihr bei meinem Kooperationspartner Austrian Tactical and Survival. Ich werde euch unten die Armbrust verlinken. Mit dem Rabattcode TBM202205 spart ihr 10% auf euren Einkauf. Auch auf dieses geile Teil hier. Ich schreibe euch einen Rabattcode nochmal unten rein. Bestellt euch, was ihr braucht. Es ist echt ein super Shop. Große Auswahl an Riesenvorsorge, Bushcraft, Outdoor. Also echt ein super Laden. Er ist in Österreich, aber macht euch da keine Sorgen. Es gibt kostenfreien Versand nach Deutschland und kostenfreien Versand innerhalb Österreichs. So, das war's für heute und ich sag Servus und Ciao. So, das war's für heute. So, das war's für heute.